willkommen zu einer neuen folge von minecraft let's go wir wollen kohle finden hat das ist eisen das ist eisen nur keine kohle runter 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 aber das ist okay oder ja es ist okay weil das ist eisen kupfer ja nehmen wir mal mit schauen wir ob es brauchen ich denke ja nicht aber das eisen das können wir schon gebrauchen er hat jetzt nur auf mich gut und dann gehe ich noch mal wie komme ich nach oben so ja in etwa so okay ungefähr ja okay dann könnte ich ja also da mal was kleines hinstellen wirklich ganz klein nichts großes komm ja ja dann im bett rein dann das hier rein ja dann den ofen ach der warte let's go kommt hoch da wie komme ich da am besten hoch er dann von hier hinten oder was haben wir hier warte ich muss ja irgendwie hochkommen oder nicht ja die muss ich ansprechen können oder nicht das können wir vorerst nicht aber gut kann ich mir nicht leisten das können wir vorerst nicht das können wir vorerst nicht was passiert hier ok ok und dann hopp 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 soll ja nun mal für den anfang reichen mehr brauchen wir auch nicht ne ja zombauer mehr brauche ich am anfang nicht müsste eigentlich reichen von Megan ja es tut's auch hopp 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 tam wasidir dann brauchen wir thür eine Tür haben wir überhaupt schon die Tür ich bräuchte noch mal Holz für eine Tür komm dann schauen wir ob hier noch Bäume in der Nähe sind ja da vorne ist noch ein Baum da hätten wir noch einen let's go komm ok das war es mal mit dem Baum hier dann da vorne haben wir noch einen let's go ok machen wir mal hopp hopp nach oben ja und da unten noch ok bisschen was haben wir ist halt jetzt nicht viel ja aber ein bisschen was ist es jo nicht runterfallen ah da können wir einen neuen Baum setzen tendenziell gut ah komm rein da ja let's go können wir hier eine Tür machen ähm hopp 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 nein nein ja komm wir machen mal Bretter ja 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 da ist eh die Tür ja ja ist okay gut jetzt müssen wir nur irgendwie Kohle finden aber finde ich nicht es ist blöd das war hier mal eine ordentliche Treppe rauf machen wäre auch ganz gut ja hopp komm dann hier rauf dann hier hoch ja komm ja dann hier ähm dann hier weiter hier hoch hier hoch dann na komm hier hoch hier hoch hier hoch ja okay das hätten wir mal dann kommen wir da schon mal runter jetzt was haben wir hier ja ja eher nicht so viel wir haben hier aber auch keine Kohle ne na eher nicht okay das ist schon mal schlecht da muss ich immer hoch okay hopp ist die weiter oben weiter unten die Kohle das war hier drüben gucken gehen da oben hopp ja let's go aha da haben wir noch einmal kupfer aber das brauche ich nicht nein nein hö hopp ja das sind halt recht nette ressourcen aber die brauche ich jetzt nicht wirklich da noch ich brauche halt Kohle komm dann lass wieder zurück gehen hopp ja let's go ja okay let's go komm ähm sorry komm warum aber okay Lederrüstung wo waren die andere da oben mhm tötötötötü komm komm her hopp hopp ja schade was haben wir hier komm bitte ja nein hä was war denn jetzt mit dem controller komm komm ja bitte ist doch nur darüber und abbauen ja ja gib mir mehr gib mir mehr ja es ist genau das was ich suche komm hopp hopp ja ja wie viel da ist noch was ich sehe das halt bald nicht mehr hier ist noch was ja ich hoffe das war es hier hier geht es ja noch weiter ist das hier da ist noch was ansonsten ja wie viel habe ich 24 24 24 let's go warte ich mach mal die bretter rein dann hier ja okay naja ich muss die fackeln brauche ich holz oder ja da brauche ich ah nee wo das sticks die reichen auch schon die reichen auch schon okay da haben wir vier stück von nein ja wobei kann ich mir eine rüstung machen mit den vier stück außer die ja die schuhe aber die haben wir die haben wir ja zwar jetzt keine guten aber die lederstiefel da ist okay dann kann ich ja mal runter gehen ne komm komm mit haben wir hier okay naja haben wir wieder kopf ja davon haben wir halt genug wow was was will er komm her du kriegst mich nicht hier ist ein fetter spawn irgendwo in der Nähe komm her ja hier ist irgendwo ein spawn in der Nähe richtig cool komm komm ja oh bitte komm weiter rein und geht es denn hier so schön nach oben hä warte okay machen wir hier was hin da geht es weiter da geht es weiter ja es geht hier aber dem wasserfall entlang hm es ist tendenziell okay von der region her aber auch nicht ideal was gibt es denn hier leuchten wir hier mal aus spinne spinne komm ja okay komm dir von hier unten ist es jetzt schon abend ha ha weißt du mal hier aus ja hopp hopp nee okay wir können ja auch noch in die richtung hä null null warte komm her ja rein damit ja ich habe halt nichts mehr das bringt halt nicht viel weiter hopp ja wir können hier licht machen nein 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 ich habe da nichts gesehen ich würde gerne nicht runter wollen nein 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 da war kein endermin nein nein da wollen wir nicht runter hallo die verbrennen doch eh auch so indem sie mir hinterherlaufen ja kann man das eigentlich testen wir sonst hopp 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 ah nee kann man nicht okay können wir nicht hopp dann weg damit ja wir können aber hopp hopp ein eisenschwert machen hopp ja mal wofür sonst würde ich es brauchen knochenmehl farbstoff gürbiskerne wir könnten aber warte die normale mit stein ja 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 ist noch hell hä war hier nicht ein baum war hier nicht ein baum naja egal egal mehr ja ja dann ja komm her nein den hier ja dann weiter komm ja ja dann weiter ja und den da rein ok die brauchen wasser oder ich nehme mal an schuhen wir gehen mal schlafen aber ich habe schon ein bisschen kohle gefunden das ist ja ganz ok hoffe hat euch gefallen bis zum nächsten mal euer Ruhlschlumpf bis zum nächsten mal